Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, es liegt eine unbestreitbare Spannung in der Luft und wahrscheinlich hast du diese Energieverschiebung schon bemerkt. Diese Spannung steht im krassen Gegensatz zu der unbeschwerten und sorglosen Atmosphäre, in der du in den letzten Tagen geschwägt hast. Es scheint, als hättest du vor kurzem gute Nachrichten erhalten, die dir ein Gefühl der Freude und des Erfolgs gegeben haben. Vielleicht wurde deine harte Arbeit endlich anerkannt und du hast einen wichtigen Meilenstein in deinem Leben erreicht. Es ist jedoch wichtig, dass du in dieser Zeit nicht mit deinen Erfolgen prallst, denn das könnte die vorherrschende Spannung noch verstärken. Übe dich stattdessen in Geduld und Diskretion und erlaube der Situation, sich auf natürliche Weise zu entwickeln, ohne zu drängen oder zu konfrontieren. Du erinnerst dich vielleicht an den Ratschlag, in den Spiegel zu schauen und dein Spiegelbild zu fragen, was du wirklich brauchst. Das ist eine Übung, die du nicht auf die Zukunft verschieben solltest, denn sie hat für dich jetzt oberste Priorität. Oft schieben wir die Selbstfürsorge auf, weil wir glauben, dass der perfekte Moment kommt, wenn wir nicht in einer bestimmten Beziehung sind, wenn unsere Kinder groß sind oder wenn unser Job weniger anspruchsvoll ist. Doch Selbstfürsorge ist etwas, das man im gegenwärtigen Moment genießen sollte. Eine einfache Möglichkeit, deine Selbstfürsorge zu messen, ist, deinen täglichen Wasserkonsum zu bewerten. Wenn du ehrlich sagen kannst, dass du mehr als zehn Gläser Wasser pro Tag trinkst, bist du auf dem richtigen Weg. Ein Gespräch mit einem spirituellen oder weisen Menschen kann die Last deiner beruflichen Sorgen erheblich lindern. Suche Trost in den freundlichen und beruhigenden Worten dieser Person und lass ihre Weisheit in dir wiederhallen. Anstatt dich dem mentalen Stress, der mit deiner Arbeit verbunden ist, hinzugeben, konzentriere dich darauf, ein Gefühl der inneren Ruhe zu kultivieren. Diese spirituelle Verbindung kann dir in schwierigen Zeiten wertvolle Orientierung und Unterstützung bieten. Bereite dich auf die Rückkehr von jemandem aus deiner Vergangenheit vor. Diese Person erinnert sich an dich aus einer Zeit, in der du noch nicht die schwere Last der Verantwortung trugst, die jetzt auf deinen Schultern lastet. Er oder sie äußert den aufrichtigen Wunsch, vergangene Fehler wieder gut zu machen und eure Beziehung wieder aufleben zu lassen. Es kann sich lohnen, diesem Wiedersehen eine Chance zu geben, denn du hast nichts zu verlieren und es hat das Potenzial, Glück und positive Veränderungen in dein Leben zu bringen. Wenn du dich auf die bevorstehende Veränderung vorbereitest, kannst du dich auf Überraschungen und Freude gefasst machen. Die Sterne stehen günstig, um einen dramatischen Wandel in deinem Leben herbeizuführen, der deine bestehenden Überzeugungen infrage stellt. Deine Routinen durcheinander bringt und dich weit über deine Komfortzone hinausbringt. Veränderungen können zwar beunruhigend sein, aber sie dienen oft als Katalysator für persönliches Wachstum und Transformation. Lass dich von dieser elektrisierenden Energie anstecken und bleibe offen für die neuen Möglichkeiten, die sich auf deinem Weg auftun können. Verabschiede dich von alten Mustern und heiße das Unerwartete mit offenen Armen willkommen, denn diese Veränderung ist dazu bestimmt, dich in eine hellere und aufregendere Zukunft zu führen. Wenn der Mond in den Skorpion übergeht und eine Verbindung mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen eingeht, ist dies ein günstiger Zeitpunkt für Selbstbeobachtung und Selbstreflexion. Nimm dir die Zeit, um über dein persönliches Wachstum und deine Fortschritte im letzten Monat nachzudenken. Denke darüber nach, wie du dich als Individuum weiterentwickelt hast. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um deine Wünsche zu definieren, klare Ziele für deine Zukunft festzulegen und die notwendigen Schritte zur Erreichung dieser Ziele zu bestimmen. Wenn du über bedeutende Veränderungen nachdenkst, bietet der heutige Tag die perfekte Plattform, um deine Wünsche zu klären und dich Schritt für Schritt auf eine Reise der persönlichen Entwicklung und Transformation zu begeben. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophantenkarte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ast der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ast der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierofant, das Ast der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierofanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ast der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen, und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen. Untertitelung des ZDF, 2020